mit mir dem halloween soxendämon du bist da drin oder was in der kamera also doch nicht so aber irgendwie redet meiner nicht da redet euch nicht das sieht ein bisschen komisch aus als vor dem seinen schnuter was gibt es dann kreislicheres als da soxendämon so naja music bob so gut durch das anjorte music bob und einmal den wald bain und neufelding seal und bandit und sacrificial robot gold so weil bei uns geil neufelding sie geil bandit geile sacrificial robot gold geil 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 bob geil so also box geil wenn irgendwie ich meine habe das ja in denen ja schon ein paar mal hier gehabt im volk also vielleicht fehlt euch ja noch ein bisschen was um die 250 fragmente wollen zu bekommen für jedes mal wo die box von 500 holt kriegt ungefähr 15 fragmente ich weiß ob es immer genau 15 sind so oft habe ich es nicht gemacht aber ich hatte glaube ich zweimal gezogen und zweimal 15 bekommen so also damit könnte ich vermute dass es immer so ist ja ich bin mal nicht so ganz sicher so dann haben wir noch keinen sinn ich will doch mit dem gar und will ich doch hier doch und ob das sollte kommen schreibt bitte nur die kommentare ob er gleich eine störung macht warum müssen wir das halloween halloween süßes oder saures sommergai ferrie convention schrimmisch rims borix geht hermes und luan schon wieder hermes wenn ich die seh die frau sich ohne zu verbreiten ja ich kann so wenn man gleich nicht gleich wüssten musst du musst zu den typen sagen verkleidig mal das monster reicht doch ich sollte wenn ihr irgendwer total wissen wollt weil sonst kein kenne die alle zum beispiel die haben vielleicht ein hell und kein kostüm dann müssen zu den kollegen sagen vergleich du hast auch kein gefühl für die richtige pause und musste mal so eine kleine pause reinsetzen so drei vier sekunden dass er mal wenigstens moment nachdenken kann und dann sagst du reicht schon so ist es besser da sind wir auch schon gleich hier jetzt immer hier im habe ich natürlich schon hier rüber gezogen sind wir hier schon im combo receipie und da haben wir den da vinci baut den wünschen wir heute habt ihr eigentlich gesehen auch mein messer ist weg ich habe doch mir extra ein messer betroffen setzt auf die band wo sind es mir sehen verdammt nicht nochmals messer ist fort ich hab doch ein messer auf dem kopf gehabt eben hat noch muss dann hin ist heute teilen also du bist wirklich total nervig ha 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 siehst du mal wie das ist so da haben wir ein professor vor uns aber noch nicht an heller wien macht alles und wird zögern hallo wie langsam und so aber noch nicht an heller wie jetzt passen jetzt kommen jetzt auf professor farnsworth mit basse oder gibt dann da vinci sport dahin und ist ja also wenn ihr viele kompos noch spielen wollt dann macht das unter umständen sind ansonsten nicht ich finde den professor farnsworth ohne die kombo besser also dafür keine 500 steinchen ausgeben ja so und dann haben wir jetzt sind der lalo ist und dann gucken wir uns die mal kurz an das sind der lalo ist und da haben wir hier ja sind der lalo ist also hier mit dem book of spells 17 fach gs aber dann halt nur vereinen aber selber ist die nicht wirklich stark also das ist netz oder brille hier sage ich mal netz oder brille da hier die sind der lalo ist sieht ja bald schlimmer aus als ich hier so also warum er bewegte den mund momentan nicht kriegt die kiefer nette außen an so guck schon da bewegt macht gar nichts so dann haben wir den limbo champion da ist der charakter ist scheiße ich will wieder mein wasser zurückkampf verhofft sonst bist du doch bin ich da wieder raus nein ich bin jetzt fertig werden mit dem video hermes konrad hermes konrad mit lerns ball gibt den limbo champion und der ist relativ schrottig wie ihr seht ich habe da nur noch eine kombo ich habe dann ja eine kombo und jetzt will ich warum 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 ich muss mir so machen ich kann euch die ganze zeit zu reden so also ich weiß der kann wieder zurück ich will mein wasi dann wieder zurück haben wir jetzt 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 mal ein video mit dem dämon mit dem soxen dämonier und er kommt ja gar nicht mehr ist auch egal ob der mich jetzt erkennt oder nicht der macht sowieso nicht so also hier und haben wir bürger wo es und bürger wo es ist richtig geil das sieht man jetzt nicht mehr weil der herr sofort sich hier zwischen geklemmt hat da ist der bürger wo es mit bob und mit rogers kleiderschrank mega geil und das ding da ich rogers kleiderschrank ja mehrfach habe werde ich mir diese kam so das machen wir jetzt gleich hier wieso ist das denn alles was ist denn mit der kam egal jetzt schon mal die jetzt auf jeden fall einmal ja ja so einmal muss das ding hier noch ausgeblendet werden ich bin noch überlegen ob ich sie mir kommen ich hole sie mir gleich noch zweimal noch einmal zack und noch einmal so jetzt habe ich die die bürger wo es auf jeden fall und die kann ich noch gleich erforschen da freue ich mich drauf bürger wo es mal bürger wo es mir jetzt hier reinschaut 2500 würde das jetzt kosten gucken wir mal da rein wenn man den jetzt hier unten nehmen mit bob und rogers leider schrank 15 24 hast du kennst dich überhaupt nicht mehr mit dem spiel aus oder allein die frage sagt schon alles mein gott also ich erkläre es dir gleich wenn das video vorbei ist wenn es euch fall hat dann hast du noch mal ein leichter schreibt was die kommentare aber den kanal leute abonniert den kanal und schaltet den mund gar nicht mehr mit mir dem waschbären im waschbär gleich und nicht mit dem komischen schocken dämon gleich lieber mit nein lieber mit dem waschbär mit dem rakens nächste mal wieder was guck doch mal wieder guckt wo guckt er dann hin alle fadde was ist dann des ok dahin bist du das doch du hast die kontrolle so also macht's gut bis dann und tschüss